. . . . . . . . Schwer ist die Welt? Wieso ist der Himmel blau? Kann ein Stern aufhören leuchten? Hängt Energie und die Zeit auf ein ignortem Weiss zusammen? Wie kann die Sonne scheinen? Was passiert, wenn ich das Brot immer weiter schneide? Ist es dann weg? Wir haben immer das Gefühl, dass sehr basierende Dinge, die wir haben, dass wir klar sind, turnen aus als Illusionen. Das macht es ein Teil der Faszination für Physik. Auch unsere heutige Erfahrung ist nicht komplett verstanden. Der Institut für Theoretical Physics consists of approximately 10 Forschungsgruppen. Der Institut ist ein Teil der Physik-Departement, einer von den Departements der ETH Zürich. Es gibt mehr und mehr verschiedene Forschungsgruppen in Theoretical Physics. Es gibt mehr und mehr Methoden, und der Institut für Theoretical Physics versucht, die alle unter einen Ruf zu bringen. Es versucht, dass die Menschen kommunizieren und sich die Ideen zu tun. Wir studieren in sehr unterschiedlichen Bereichen. Es beginnt, zum Beispiel, von der sehr kleine Scale. Es gibt, zum Beispiel, Particle Physics. Es gibt auch Condensed Matter Physics, und es geht auf eine sehr große Ebene. Es gibt auch sehr unterschiedliche Methoden, die wir nutzen, um diese Bereiche zu beschäftigen. Theoretical Physics Methoden, wie Mathematical und Analytical Methoden, aber wir haben auch Modern Methoden, Numerical Methoden, Computational Physics, und wir haben auch Information Theoretical Methoden, die motiviert werden von Computer Science. Das ist ein sehr neues Aspekt. Wir haben jetzt sehr unterschiedliche Methoden, von sehr unterschiedlichen Disziplinen, die wir versuchen, zu kombinieren und zu lösen die große Fragen. Wie funktioniert das Quantum Field Theorie? Quantum Field Theorie ist, mehr oder weniger, ein Framework für Computing Fundamental Processes in, say, Particle Physics. Aber ich und meine Gruppe sind eher interessiert in die fundamentalen Fragen von der Quantum Field Theorie. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Und wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? String Theorie ist eine der Angelegenheiten zu performen diese Quantisation von Gravity. Es ist eigentlich eine sehr einfache Idee. Wenn Sie mit der Konzept der Punkt Partikel starten, Sie können das theoretisch aussehen, zu einem 1-Dimensionalen Objekt, das dann aussieht wie ein kleines Stück. Dann sind Sie interessiert in den Mechaniken von diesen Objekten. Eine interessante Sache ist, dass wenn Sie die Quantität der String Theorie, die Gravität natürlich herauskommt. Und das ergibt sich eine konsistente Quantisation von Gravität. Ich arbeite in Computational Physics auf dem Thema Quanten Computers. Und wir haben in den letzten Jahren viele Quanten Effekte gesehen, und wir versuchen, diese Quanten Effekte in den Quanten Computern zu spätigen. Especially, weil sie hart optimisationen Problemen, die viel Zeit auf klassischen Computern, wir wollen eine Quanten Computern zu lösen diese Problemen viel schneller. General Quanten Computern existieren noch nicht, aber es gibt speziell Quanten Computern für bestimmte Types von Optimisation Problemen, und diese existieren bereits. Eine Kanadische Firma, die diese Maschinen bereits und sie kostet zwischen 10 und 15 Millionen. Not available für alle und nur für eine bestimmte Optimisation Problem. Ich performe Simulations zu sehen, ob eine Technologie wird in Zukunft gewinnen gegen die andere. Die Summe von der Forschung ist ein bisschen von einem Immediate Experiment. Aber es gibt auch Forschung, die mit bestimmten Experimenten Ich habe angefangen, zu arbeiten auf Artificial Systems. Wir schauen, zu starken Interaktionen zwischen Licht und Matter. Die interessante Sache von wo wir jetzt in Kunstmatter sind, dass es neue Entwicklungen in Experimentalphysik, wo Menschen fabricate Artificial Materials. Diese Dinge können sie verletzten, sie können sie verletzten, sie können sie verletzten, sie können sie verletzten, sie können sie nicht mit realen Materials. Diese Dinge öffnen eine neue Art von Physik, die wir als Teores finden, sehr spannend zu lösen. Der Institut hat viele Möglichkeiten für die Interaktion. Es gibt, zum Beispiel, die Pauli-Center, die finanziellung für die Arbeit. Wir haben auch viele lange-term visitors von der Institut und das ermöglicht viel mit der Institut und auch internationally. Es ist ein wunderbarer Ort, weil wir viele junge und Post-Docs von all über die Welt kommen. Die Menschen sind sehr gut, die helfen Sie finden sehr gute Physik zusammen. Theoretical research hat enormes zu der Entwicklung unserer Civilisation. Die Fragen die wir exploren jetzt haben einen sehr fundamentalen Level in 50 Jahren. Aber das wird sehr hart zu predigen. Das ist sehr hart zu predigen. hart. Das ist sehr hart. Wir sagen, wissen, wenn wir einen haben, den sehen, sehr tolles